Letztes Jahr hat ein massives Erdbeben die Schweizer Bankenlandschaft erschüttert. Ursache von dem Big Bang? Die eigenössische Kartellkommission, die von den Banken weniger Absprache und mehr Wettbewerb, mehr Konkurrenz fordert. Es sieht so aus, als ob die Forderung bereits erste Auswirkungen hat. In Basel ist nämlich jetzt eine neue Bank gegründet worden, und zwar eine, die echt für Konkurrenz sorgt. Eine sogenannte Gedankenbank. Die Bezeichnung Gedankenbank hat mich aber durch ein bisschen irritiert, und ich wollte per Telefon herausfinden, was das überhaupt für eine Bank ist, und was sie für Dienstleistungen anbieten kann. Hallo? Ist das die Gedankenbank? Hallo? Du bist in die Zone eingedrungen. Die Gedankenbank ist das Hirn Gottes vor dem nächsten Urknall. Die Gedankenbank ist das Hirn Gottes vor dem nächsten Urknall. Ich würde gerne ein Konto eröffnen. Ein Konto, ja. Und zu welchem Zweck? Zum Sparen? Oder kommt ein Lohn rein? Ich würde gerne ein Gedankenkonto eröffnen. Ein Gedankenkonto? Ein Konto, wo ich meine Gedanken darauf ablegen kann, und wo dann vielleicht Zinsen bringt, mit wieder anderen Gedanken. Ja, aber sind Sie da am richtigen Ort? Weil wir sind eine Bank, und wir arbeiten mit Geld. Kann Ihnen das Geld, das Sie mir bringen, gut anlegen, zum guten Zins? Da gibt es die Bank, vier Mal sehen, dass die Bank, vier등 sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020